innen ich will so verletzen ich möchte ein Verräter sein aber irgendwas anderes an der Rolle haben Möke Ingenieur ich hätte ich hätte gerne Echtmann Ingenieur gehabt ja bei Köln manche Motos und Schacht jeder denkt ich will verletzen ich war vorhin einmal für Ingenieur aber sieht der Imposter den Ingenieur dann auch im Schacht kann ich nicht genau beantworten ok ach man ich habe einen Plan jetzt geht er gerade nicht auf also dann ist diesmal nicht hey möchtest du uns noch mehr erzählen oder ja das ist gleich verständlich nach der Runde ist es verständlich ich kann nichts darüber sagen wer ist denn als nächstes dran wenn du es geht doch gar nicht so verrät das ja 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 also leiche in elektrik kurz vor schacht ich bin aber gerade erschienen kommen ich war auch gar nicht auf das das habe ich auch gesagt habe ich vorher im Lager und davor warst du irgendwo mit mir auf der rechten Seite das war wo bin ich jetzt kommen Schilde war ich gesehen da muss ich immer mit gegenwaffen 8 Uhr halb von Lager war das glaube ich ne er bestand an den dritten Dings genau und ich bin gerade ins Lager ein in und und meine Güte so denkt ihr wird wirklich schwer als wäre es so doof mit davon man ich würde gerne sagen was ich doch im Moment haben wir so scheiße erzähl doch mal wer ist jetzt als nächster dran will ich nicht sonst stimmst du auf einmal noch und dann denkt man wirklich wie schwer es das kann ich ja schon mal nicht machen man einen mit und im mann dann konnte ich es machen dann ist sie der verräter so eine scheiße die war doch bei der augen welch nicht in der ecke hängen geblieben welchen mit mann menschen zu gelaufen ich habe nicht so nämlich in die möglichen wendung wartet heimer jetzt weg weil ich hab dich gekillt in dem moment wurde von dem schaltfläche losgekommen mit meinen Teil der Kinder und weil ich dann endlich abgelaufen ja und das Ding war aus deswegen bin ich dann Prozent von Atmen und schnell ich habe in Atmen gespielt dabei zu sagen ich dachte so scheiße ob ich versuch das mit dem Schacht weiche Ingenieur war das das war nämlich das was ich immer genannt habe ich würde mich einfach mal von Elektrik dann irgendwo hin und in dem Moment wo du da rausgesprungen bist habe ich noch überlegt ob ich jetzt Brille Cape kommt aus dem Wind aber das war so nee komm